Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Per... Ach, Parasite Eve wollte ich gerade sagen. Nein, äh, Commander Conker Alarmstufe Wort 1, äh, Gegenschlag auf Seiten der Alliierten, Remastered. Ganz genau. Und wir waren beim letzten Mal hier in der letzten Sibirien-Mission und haben uns hier schon aufgebaut, liebe Leute. Wir haben uns hier schon aufgebaut, ähm, ja, wir haben schon hier einiges platt gemacht vom Gegner. Ach du Scheiße, jetzt, ach, verdammt, jetzt hat er die Artillerie da oben weggemacht. Äh, jo, äh, gut, dann fahr die einfach platt, los. Dann muss ich, äh, die Artillerie oben nach... nachproduzieren und, ja. Was hat er da plattge... ach du Scheiße! Das waren echt beide Sammler, das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Dein Ernst, Russe? Dein Ernst? Beide Sammler? Beide Sammler? Ist das dein Ernst? Und Penner? Ja gut, äh, dann muss ich ein bisschen was verkaufen, Leute. Aber was soll ich denn hier verkaufen? Ich brauche alles. Ja, wobei, das kleine Kraftwerk brauche ich nicht. Aber es reicht auch nicht. Was soll ich denn hier verkaufen? Die Flaks? Ja, die Flaks. Das reicht aber immer noch nicht, ne? Ach, verdammter Russe, ey, wirklich. Hat er mir beide Sammler weggenommen, ey? Was soll das denn? Das fängt ja schon mal gut an, Leute. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Das fängt ja schon mal gut an. Dieser Penner, ey, wirklich. Natürlich habe ich jetzt kein Geld mehr. Und der hat sich hier natürlich wieder aufgebaut, ne? Ist klar. Verdammt, verdammt. Nö, Leute, wisst ihr was? Das lade ich einfach noch mal. Das wird mir zu doof. Sorry. Ja, währenddessen kann ich auch noch mal einen Schluck Apollinaris-Lemon trinken. Ganz genau. So. Alles klar, da muss ich jetzt mal auf meine Sammler hier achten. So, bleib du mal hier. Und du bleibst auch mal hier, so. Gut, Leute. Aber was ist denn da eben passiert? Hier, das war... Das ging alles so schnell eben. Das hat alles mit dieser Artillerie hier oben angefangen, ne? Ganz genau. Das hat alles mit der Artillerie angefangen. So. Und dann sind da nämlich jetzt diese Panzer. Oder was auch immer. So. Und, liebe Leute. Gut. Da könnt ihr drüber fahren. Das ist kein Problem. So. Jetzt hat er nämlich hier diese... Ah, die Flammenwerfer waren das. Ich verstehe schon, ne? Gut. So, jetzt... Jetzt kriegst du meine Sammler nicht, du Penner. Diesmal nicht, Leute. Diesmal nicht. So. Alles klar. Auch keinen Turm verloren. Alles cool soweit. Ähm, jo. Ja, Sir. Der andere Sammler, der sackt sich bitte hier unten die Edelsteine ein. So. Meine Fresse. Ja, Sir. Ja, Sir. So, jetzt haben wir das aber besser hingekriegt. Und ja, Leute. Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten neuen Command & Conquer. Ja, Sir. Remastered Edition. Und... Ja, ganz genau. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's sehr gut. Ich nehm's nach wie vor an diesem Samstag... In dieser Samstagnacht auf. Und, äh... Ja, hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Soweit, ne? Mein Kater hat sich jetzt schlafen gelegt. Und... Ja, das ist doch ganz gut. Können wir uns mal ein bisschen mehr fokussieren hier auf Command & Conquer. So, die Hubschrauber... Die versuchen jetzt mal bitte, diesen Kacksammelformel wegzumachen, ey. Ach, verdammt. Zu spät. Es war zu spät, verdammt nochmal. Ja, gut, egal. Leute, auf jeden Fall... Brauche ich noch Verteidigungstürme. So, dann versucht das wieder... Ach, du... Verdammt. Wieso schafft er es immer? Wieso schafft er das immer? Meine Artillerien abzuschießen. Egal. So. Ich hab ja... Ich hab ja Ersatz. Ich hab ja Ersatz dafür. Und zwar hier zwei Stück. Weißt du was? Ich stell die einfach hier oben beide ab. Wenn er da einmal mit Manneken angeschissen kommt. Das kann er nämlich schön vergessen. Äh... Ach, du Scheiße. Mensch. Ich komme doch schon wieder mit so einem nervigen Kampfpanzer. Ich hasse die Dinger. Wirklich. So, jetzt mach die kaputt da. Ja, toll. Die treffen natürlich nicht... Egal. Leute, der fährt schön in den Turm hier rein. Ganz genau. Der fährt schön in die Türme rein. Schön dumm, ja. So. Was macht die Raketenwerfer? Raketenwerfer. Oh mein Gott. Okay. Weg machen. Bevor die hier Schaden anrichten. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, Geschützturm und Bunker nachbauen. So. Und ein Bunker. Ach du Scheiße. Schon wieder Panzer, der da... Der da auf uns wartet, ja. So. Ja gut. Die Grenadiere sind direkt weg. Ja, krieg da hin. Krieg da hin. So, weitere Gummipanzer bitte. Oh, einfach Gummipanzer. Ja, Sir. Bestätigt. Da kommt doch schon wieder E. Das gibt's doch wohl nicht. Verdammt nochmal. Da kommt doch schon wieder mit seinen scheiße Raketenwerfern da. Ja, was soll ich jetzt mit dem Sammler machen? Ich glaub, der will auf den Sammler, ne? Nee, der will auf meine Türme. Verdammt nochmal. Gut. Mach den weg. Ey, mach den... Mach den kaputt. Verdammt nochmal. So. So. Ah, ich hab wieder kein Geld. Mein Gott, ist das nervig mit der Kohle. Wirklich. Der Schlüsselpunkt wird angegriffen. Ach. Wo denn? Wo denn? Ist irgendwo ein Manneken? Ach du Scheiße. Alter Schwede. Boah. So. Meine Güte. So. Was macht die mal kaputt da? Los. Pff. Okay, der Sammler, der kann mal wieder hier sammeln. Alles klar, ey. Boah. So, die Gummipanzer, die stellen sich mal da unten hin, bitte. Boah. Ach so, nee, das war nur Fluch. Ach, nein. Hubschrauber platt machen, los. Ach du. Meine beiden Sammler. Ey, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Wirklich nicht. Oh, Gott. Gott sei Dank, ey. Wirklich. Zum Glück sind die blöd. Ja, die fahren immer hier hinten hin, ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, stelle ich mir meine Gummipanzer da hin. So, bevor die Schaden anrichten. Ach, ja. So, bevor die Schaden anrichten, mach die weg. So. Alles klar. Und den hier auch noch, bitte. Ach, verdammt. Ah, die Mucke. Genau. Die Mucke ist so geil. Ich liebe diesen Zaunschweg. So. Die Gummipanzer bleiben jetzt mal hier stehen, so als Blockade. Damit der da nicht mehr durchkommt. Gut, Leute. Ja, wie ihr seht, es geht schon actiongeladen hier los. Dafür sucht das dann nicht wieder. Ach so, nee, das sind nur die Flugzeuge. Okay. Das hier unten ist kein Ding, das kriegen wir verteidigt. Das ist nicht schlimm. Ne, das ist nicht schlimm. Das kriegen wir hin. So. Aha. Seht ihr? Da, genau, genau deswegen. Genau deswegen habe ich die Gummipanzer hier stehen. Genau wegen der Scheiße. So. Gut. Kaputt machen. Ja, natürlich. Überall kommen Manneken draußen bei ihm. Das ist unfassbar. Alles klar. Gut. Verteidigen. Beziehungsweise reparieren. Und, jo. Dann würde ich mal sagen... Einmal kurz umsetzen. Und dann machen wir einfach mal weiter. Wie gesagt, auch in dieser Folge werde ich wahrscheinlich ein bisschen mit meiner Audiobearbeitung ein bisschen rumspielen. Das heißt, vielleicht wird sich meine Stimme ein bisschen anders anhören. Wenn sie sich anders anhört, dann habe ich ein bisschen mit dem Audio rumgespielt. Ganz genau. So, dann würde ich sagen, baue ich einfach mal noch eine Erzraffinerie. Weil das dauert mir echt ein bisschen zu lange mit der Kohle hier. Gut, dann würde ich sagen, hör mal den Gummipanzer auf. Und reparieren wir das Ganze, weil der kommt da nämlich schon wieder angeschissen. Genau wie hier auch. So. Da versucht das nämlich, seht ihr? Haha. Ich habe da Einheiten stehen, du Idiot. So. Sehr gut. Oh man, das reicht noch nicht mal. Das ist jetzt Lauf, Leute, wirklich. Kommt doch schon wieder mit tausend Grenadieren an. Fahr die einfach platt. Einfach platt fahren, ey. Die Kacke. Wirklich. Einfach platt fahren. Einfach platt fahren. Was ist daran so schwer? Mensch, Gummipanzer. Das enttäuscht mich nicht. Ja, dann komm. Ist okay. Die Mucke, ey. So. So, hier. Wegmachen, los. Direkt wegmachen, die Kacke. Wirklich. Und der will einfach reinfahren. Das ist auch geil. So, weißt du was? Ich mache jetzt mal was ganz untypisches und stelle die mal da oben hin. Wird repariert. Damit wir mal hier die verkaufen können. Wenn der fertig ist. Gut. Verkauf das Ding. Und bau einfach jede Menge Gummipanzer. So, Gummipanzer, Gummipanzer, Gummipanzer. Melde mich wie befohlen. Gummipanzer. 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 So. Was hat er hier? Mäniken und Flugzeuge. Das kann er machen. Das ist kein Problem. Maschinengewehr gegen Panzer ist immer scheiß. So viel Uhr haben wir denn? Einheit bereit. Ich muss mal gerade eigentlich... Ich müsste eigentlich mal ganz kurz gucken. Halb eins oder so, ne? Oder ein Uhr oder so. Wird repariert. Ja, das ist heute auch die letzte Folge, die ich aufnehmen werde. Wird repariert. In dieser Aufnahmesession. Dann mache ich einfach morgen mit Empire Earth weiter. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Ganz genau. Und er hat das wieder versucht. Tja. Das kann er aber versuchen. Ich hätte die euch mal da unten. Ja. Komm. Mach ruhig. Scheißegal. Mach mal diese Grenadiere da weg. Wenn ihr das schafft. Was soll das? Ah. Ein Hubschrauber. Die schaffen das noch nicht mal. So. Einfach weiter drauf. Die schaffen es nicht. So. Jetzt sitzen die sich in Bewegung, ne? Das ist verdammt interessant. Ja. Zu spät. Zu spät, Leute. So. Da kommt er nämlich. Da können sie einfach drüber fahren hier. Los. Einfach glatt fahren. Die Scheiße. Schönes Wassergeräusch hier. Zack. Hört ihr das? Dieses Wassergeräusch, wenn man die überfährt. Richtig cool. So. Macht den kaputt. So. Weitere Gummipanzer. Genau. Das ist jetzt so meine Master-Taktik hier in dieser Mission. Einfach Gummipanzer nutzen. Das ist jetzt so meine Master-Taktik hier in dieser Mission. Einfach Gummipanzer. Einfach Gummipanzer. Einfach Gummipanzer. Einfach Gummipanzer. Einfach Gummipanzer. So. Jetzt kannst du reinfahren. Wird repariert. So. Alles klar. Bitte geh weiter ernten. So. Alles klar. Dann bauen wir uns mal die Angriffsarmee weiter auf. Melde mich wie befohlen. Einfach Gummipanzer. Und, ja. Mit den Hubschraubern kann ich eigentlich mal hier diesen einzelnen Einheiten platt machen. Wo ich erst die ganze Zeit mit dem Flugzeug versuche. Da ist noch ein Flammenwerfer. Der geht schnell. Ah. Moment. Da ist halt sein Sammler da. Genau, Leute. Da ist sein Sammler. Schön Schwächen erstmal. Der hat nämlich noch Edelsteine, der Sack. Ja. Der hat noch Edelsteine. Da, ne? Moment. Das ist jetzt aber ein bisschen unfair von euch, dass ihr dem Russen Edelsteine gebt und mir nicht, Leute. So. Mit dem werde ich Edelsteine fahren. Gut. Der sack dir jetzt ein. Sehr gut. Dann kommt der Sammler her. Mal nach unten. Ach du Scheiße. Oder auch nicht. Okay. Gummipanzer. Ich brauche euch mal hier. Ich brauche euch mal ganz schnell hier. So. Komm mal her. Gehe. Mach die mal kaputt, die Scheiße. So. Kaputt machen. Kaputt machen. Los. Dieses Kampfpanzer von dem, ey. Wirklich. So. Weißt du was? Kacke. So. Hier wird nicht mehr gesammelt. Das ist für uns hier. Los. Alles klar. Einfach drüber fahren. Genau. Einfach flatsch. So. Sehr gut. Wir brauchen Silos. Oh. Wir brauchen tatsächlich Silos. Okay. Dann. Jo. Dann. Kaputt machen. So. Kaputt machen. Scheiß. Alle bitte. So. Okay. Dann haltet ihr mal die Stellung da. Ja. Mensch Sammler. So. Edelsteine bitte. Nur Edelsteine. Einfach nur Edelsteine. So. Ich klau dem Russen schön die Ressourcen vor der Nase weg. Das ist so geil. Ja. Wobei ich glaube, die halten nicht mehr lange durch hier. Kann das sein? So. Schön die Edelsteine vor der Nase wegklauen. Haha. Geil. Sowas liebe ich ja, ne. So. Und hier noch die letzten Edelsteine. Oh. Racer draußen. Das kennen wir ja, ne. In der Gegend hier. Einfach drüber fahren. Was ist denn da so schwer? Alles klar. Oh. Oh. Ist voll. Okay. Alles klar. Deswegen kommt der nicht raus. Oha. Das war voll hier. Oh. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Ist es sogar möglich, dass wir die Mission noch schaffen hier? So. Dann fahr den Platz. Bestätigt. Ist das möglich, dass wir diese Mission in dieser Folge noch schaffen? Das wäre ja nie gar geil. Bestätigt. Erwarte ihre Befehle. Bestätigt. So. Dann fährst du den mal bitte platt. Plattfahren. So. Bratz. Ja, Sir. Einheit. In Ordnung. So. Oh, ne. Kein Hubschrauber auf meinen Sammler, bitte. Wir ziehen viel ab. Wir ziehen viel ab. Oh. Was macht der denn da? Ich hab noch einen Sammler. Ja, dann. Kaputt machen. Los. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Äh. Alle bitte. Ach, verdammt. Zu spät. Erwarte ihre Befehle. Ja, gut. Egal. Erwarte ihre Befehle. Macht ihr mal bitte weiter hier mit den Edelsteinen. Angegriffen. Wo denn schon wieder? Ist doch alles noch ganz. Ach, der wartet wieder. Ja, gut. Dann lass den warten. So. Hier, Edelsteine einsacken. So. Ach du Kacke. Okay. Was war das denn? Na gut, dann weißt du was den... Ah, shit. Das war's mit dem Gummipanzer. Ja, gut. Nee, dann bleibt ihr mal bitte hier oben. Wo bleibt der Hubschrauber? Wo bleibt der Hubschrauber? Schade. Na gut, egal. Dann kann der mal weiter sammeln hier. Los. So. Einfach Gummipanzer. So. Einfach Gummipanzer. Wer folgt der dem? Weiter? Oder bleibt der auf dem... Da ist der Hubschrauber. Ach, verdammt. Ja gut, egal. Da ist sein Hubschrauber wieder. Alles klar. Egal. Der heilt sich eh hoch. Von daher. Wow. Sieht doch schon mal geil aus. So, Leute. Dann würde ich mal sagen... Jo, gehen wir mal los mit denen. Mit den Gummipanzern. So. Einmal nochmal kurz zwischenspeichern. Mission 9, glaube ich. Ja, 9 war das. Add-on. So. Schaut euch das an. Gummipanzerarmee. Jawohl. Flummis. Flummiarmee. Und hier oben direkt drauf. Da los. Ach du Scheiße. Das ist aber eine Scheiße. Los, fahrt hier rein und macht die Kacke kaputt. Los. Diese Drecksspulen hier. Los, direkt kaputt machen. Alter. Da ist noch eine. So. Weg machen. Alles klar. Nichts mehr mit Tesla-Spulen hier. Vergiss es. Junge. So. Alles klar. Gummipanzer. Wir brauchen wieder Seelus. Dann bauen wir noch weitere Gummipanzer. So. Einfach mal ganz viele. Hubschrauber bitte diese Kaserne platt machen. So. Und. Ja, einfach weiter. Oh nein. Diese Flak da. Verdammt. Hubschrauber nachbauen. Ja gut, dann bau ihn. Hä? Ah hier. Kampfhubschrauber. Ganz genau. So. Weg machen. Einfach weg machen. So. Alles klar. Die Gummipanzer, wie gesagt. Die Gummipanzer haben es in sich. Schaut euch das an. Die Gummipanzer haben es echt in sich. Die können echt eine ganze Basis platt machen. Alle bitte. Ah, wieder ein Playstation-Soundtrack. Cool. Und der hat alles verkauft. Sehr schön. Hört mal den Soundtrack. Playstation-Soundtrack. In Ordnung. In Ordnung. Wenn wir denn mal hören könnten. So. Playstation-Soundtrack. Wie geil. Hier Einsatzfahrzeug. Weißt du, was bleibt man hier? Mach mal diesen Hubschrauber weg. So. Aber seh ihr Befehle. Komm weiter. Ja. Sehr schön. Und weg. In Ordnung. Sehr gut. Ach ja. Ach ja. Was macht ihr da schon wieder? Nix. Okay. Alles und nix. Puh. Ja, dieser Soundtrack, Leute. Playstation-Soundtrack. Komm mal hier hin, bitte. Zieh mal diesen Raketenwerfer in die Basis. Ähm. Sollst du hier reinziehen? Hier Einsatzfahrzeug. Und ganz genau. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut. Weitermachen. Ich hoffe, die funktionieren nicht mehr. Oh man, die funktionieren immer noch. Ja gut, dann. Mach die einfach weg. Los. Flack wegmachen? Kann ich vielleicht mit den Hubschraubern weitermachen. So. Ach du Kacke. Der hat so viele Scheiße hier stehen. Oh. Boah. Boah. Boah, ist das widerlich, Leute. Ist das abartig. Wirklich. Ist das abartig. Naja gut, egal. Dann können wir jetzt hier mit den Hubschraubern zumindest die Scheiße platt machen. So. Weiter platt machen. Weiter platt machen, habe ich gesagt. Hallo. Die fliegen einfach zurück. Wird gebaut. Bestätigt. Ja dann komm. Die eine. Bestätigt. Dann fliegt einfach zurück. Oder. Macht halt nichts. Oder ja. In Ordnung. Ihr könnt euch ein bisschen an der Waffenfabrik austoben. Ganz genau. So. Wird gebaut. Fast halb platt. Na gut. Da haben wir doch schon wieder ein paar. Sehr gut. Oh. Was macht ihr denn da schon wieder? In Ordnung. Die blöden Sammler, ey. Wird repariert. Reparieren, reparieren, reparieren. Reparieren. So. Oh. Da haben wir schon wieder kein Geld mehr. Aber. Die Basis hier unten ist weg. Und die Basis ist auch schon fast Geschichte. Gut. Um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, Leute. Mit Schrauben machen wir die Waffenfabrik platt. Müssen wir ja nur alles platt machen, oder? Ja. Nur alles platt machen. Aber speichern nochmal. Mission 9 war das, glaube ich, ja. Gut. Waffenfabrik platt machen. Los. Das reicht aber noch gerade so, ey. Alles klar. Immer weiter Gummipanzer. Immer weiter Gummipanzer bauen. Wieso habe ich denn die ganze Zeit kein Geld, hä? Was macht ihr da schon wieder für eine Kack? Deswegen habe ich nämlich keine Kohle hier. So. Erwarte Ihre Befehle. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Die Mucke, ey. Wirklich. So. Wenn die fertig sind, gehe ich nochmal runter. Allerdings mache ich mit den Hubschraubern erstmal ein bisschen die Energie platt. Weil das, ey. Das nervt ja wirklich, ey. Sechs Tesla-Spulen oder so. Och, nö. Och, das nervt doch. Ja, gut. Dann zwei Hubschrauber nachbauen. Na, super. Scheiß Flachs, ey. Wirklich. Da. Ne, wo steht sie denn, hä? Gar nicht gesehen. Naja, gut. Ach, was denn jetzt schon wieder? Hä? Ein Männchen. Ne, gut, dann. Mach die das mal weg. Jetzt, hör doch auf. Mit der Kacke. So. So. Die schaffen es nicht, doch. Okay. Das ist ein Gegnerischer, ne? Das ist ein Gegnerischer. Dann zieh den hier rein. So. Alles klar. Gut, Leute, dann. Ist das schon mal das neue Team 2? Oh, zwei Männchen. Ja, cool. Wir däuten. Mach die immer weiter hier. Stress. Oh. Die hat aber lange übersehen hier. Die Männchen. Ja. Die hat er lange übersehen. Okay. Oh, coole Mucke. Ha. Dü, 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 dü. Ja, passt so gerade jetzt so ein bisschen, weil hier nichts passiert, ne? Pff. Dü, dü, dü. Och, Mann. Jetzt lass doch den Sammler rein. In Ordnung. So. Oh, jetzt muss er... Nee. Nee, Leute. Wisst ihr was? Da bist mir gerade ein bisschen zu doof hier. So. Und jetzt gehst du nach Hause. Einer geht noch. So. Gut. Team 2 ist wieder vollzählig. Sehr gut. So. Team 2. Ein Flammenwerfer. Bestätigt. Der liebt seine Flammenwerfer hier, ne? Na komm. Ein Bunkerschuss und du bist weg. Bestätigt. Sehr gut. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, können wir ihm noch mal einen kleinen Besuch abstatten hier? Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Würde ich sagen, machen wir das mal. Sammelt euch mal da. Gummipanzer-Armee. 2.0. Und dann würde ich sagen, ja, die sind leider alle mit Flachs beschützt, ne? Und die greifen sie nicht an. Wir brauchen Silos. Oh. Tatsächlich. Okay, dann. Weitere Gummipanzer. So. Auf die Cyberfabrik. Wegmachen. Los. Direkt platt machen. Direkt platt machen. So. Und die Scheißtester-Spiele. Direkt wegmachen. Los. So. Ihr könnt bitte die Hubschrauber. Fahrt da raus. Los. So. Was sollen wir denn hier? Wegmachen. So. Die Hubschrauber sind da für die Scheiß-Tesla-Spule. Sehr gut. Und die Energie wegmachen. Los. So. Sehr gut. Ach, ich liebe es einfach, wenn wir Hubschrauber haben, Leute. Ich liebe es einfach. So. Was haben wir geschafft hier, würde ich sagen? Bestätigt. Das hier noch wegmachen. In Ordnung. Muss noch nach Gebäuden absuchen hier. Aber ich glaube, hier hat er keine mehr, oder? Bestätigt. Bestätigt. Hat er hier noch irgendwas? Bestätigt. Deswegen sind die Gummipanzer auch ziemlich geil. Bestätigt. In Ordnung. Können wir nämlich sehr schnell hier die Karte erkunden. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Er hat nichts mehr. Sehr gut. Alles klar. Dann. Machen wir jetzt nochmal den Rest platt. Du, 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 du. Coole Mucke. So. Die Hubschrauber bitte diesen Flammenturm da wegmachen. Genau. Flammentürme sind für die Hubschrauber. Ganz genau, Leute. Und weiter Energie platt machen. So. Hubschrauber bitte da platt machen. So. Zack. Wegmachen. Bestätigt. Und das hier platt. Ach du Scheiße. Das ist noch eine Basis oder was? Wieso steht da noch ein Raketenwerfer? In Ordnung. Warum steht da noch ein Raketenwerfer? Bestätigt. In Ordnung. Na toll. Selber platt gemacht. Na gut. Egal, Leute. Ich hoffe, dass der hier nicht noch eine vollwertige Basis hat. Bestätigt. Tatsächlich. Ach nee. Hier war seine Geldzufuhr. Ja, okay. Dann. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Warte, ihr stetig. Halte mich. Dann okay. Kriegen wir noch hin. Die Hubschrauber sind da für das Ding. Ah, ist kaputt. Ist Wänikin noch kaputt? Ja, eine Ordnung. Ja, Sir. Aha, Flammenwerfer. Die letzte oder nicht? Jo. Das haben wir geschafft hier. Cool. Alles klar. Wieder eine Cutscene hier, ne? Ach, das ist die, äh, die letzte, die vorletzte Cutscene von den Alliierten. Ja. Rüstig cool. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, haben wir das abgeschlossen. Wohnungsgalerie Freischalten Wildnis. Sehr gut, Leute. Wir haben Sibirien geschafft. Und ja, Leute. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, Leute. Dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. In Griechenland war es, glaube ich. Moment, ich drücke jetzt das alles nochmal kurz. Ja, in Griechenland machen wir hier weiter. Bei Staphoros. Staphoros, okay. Das ist ein interessanter Name. Aber jo, Leute. Gucken wir uns nochmal kurz die Bonusgalerie an. Marketing Trailer. Ah. Ah, cool. Schaut mal hier. Cool. Nochmal eine andere Version, ja. Von dem Intro, ja. Geil. Gut, Leute. Wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und ja, da würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.